gegen was würdest du rauchen eintauschen dass du aufhörst aber wie sagt er würde aufhören zu rauchen wenn er eine neue lunge bekommt oder du kriegst jetzt eine neue lunge in dein körper brauchst du dann wieder was hat denn wir lassen an einem gestohlenen auf Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020